hallo und willkommen zu let's play doom 3 ja das ist ein ziemlich altes spiel wie man sieht aber ich liebe es perfekt normal also ich werde jetzt ein video machen um zu gucken ob es euch gefällt schreibt mir das schreibt ihr mir auch gefälligst in die kommentare was du das findet also dann denken wir mal los also wie ihr vielleicht schon bemerkt habt ich bin ziemlich erkältet also ich hoffe das schürt euch jetzt nicht wirklich so viel also meine munition für die shotgun sparen dass die glaubt gar nicht wie viel schiss man hat wenn man das allein spielt hier wird das nicht so prickelnd finden weil ich regt immerhin mit euch das so jetzt wenn jemand neben euch sitzen aber für mich ist das nicht ganz angenehm hier so nett kriegt man kein austraster hier ja hier ist irgendwo noch eine nicht stehen bleiben koppel kannst nicht zu nicht tun sie sind alle weg alles klar dann kann ich jetzt weiter gehen denk mich doch Zuruke ist die Tür zu? Oh, lass mich doch mal durch Ey, komm, die müssten einen doch reinlassen Ein paar Einheiten sind noch draußen Aber sind alle voneinander abgeschnitten? Versuch sie zu finden Ok, mein Freund Ich hoffe mal, ich komme jetzt hier irgendwo weiter Oh, es sieht wohl so aus, dass wir nicht zurückgehen müssen Aber die Pizze hat mich erschrickt Oh, Alter! Das wäre... ...Asozio Ah, ja, geht mit dir Zumindest weiß ich jetzt, wo lange es geht Oh 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 aber das gerade eben war einfach nur asozial, jetzt mal ganz ehrlich schon wieder nein, ich hab gerade eben ok, ich hab doch keine genannten voll die geile Rüstung hab ich, zieht allgemein in mein Leben ab, voll dumm eigentlich ach, das war hier, ne dann geh ich mal hier rein oh, wo ist der andere Pizze? Wo ist der andere Pizzer? Wo kommst du jetzt mal her? Ne, hier ist nichts Der ist down Oh, ich hab da so ein schlechtes Gefühl bei der Sache Allgemein bei dem ich spiele Ich muss immer so nach zwei Stunden eine Pause machen Oh, ja Oh, ja Oh, ja Ey, komm gleich da oben, bitte, bitte, bitte Ja, da Oh, nein 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 Ja, warum nimmt man nicht einfach die Glasscheibe Oh Wie asozial, Alter Ach so, das ist so, okay Wo grad schon rumschreuen Oh Was soll das bitte? Was sind das überhaupt für fette Fische, also? Oh Ich um die Ecke ist sowieso nur irgendjemand Oh, warum? Oh 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 Ich brauche ein Medikin 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 Hier kam gerade das 4 hier Nöööööö Hey, ich hasse ihn da drüben. Gegner hinter den Rücken hochzau. Boah, was hat er denn von den Waffen, die wir auch haben? Hallo? Ich habe noch zehn Leben. Bei der Schwierigkeit, die ich eingestellt habe, kann ich einfach mal so hier im Moment sterben. Das sieht sehr einladend aus. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin doch nicht tot. Trotzdem schwöre ich an wie immer. Ich bin tot. Ich bin tot. Und dann rein. Untertitelung des ZDF, 2020